Ja und herzlich willkommen zu der 55. Folge von Batman Agneit. Hier ist euer Gamer Die Quo, wie immer in Top Form jetzt, nach der langen Verletzungspause. Ja, die letzten drei Tage, ja, noch in Folgen aufgenommen. Nice! Ja, so wir haben jetzt die drei Infizierten, ja kann man sagen quasi wieder eingefangen. Mal sehen, was noch passiert. Okay, alle Ketten sind aufgestellt. Hade ich bin ein bisschen geärgert, aber das bringt ja wohl nichts. Warum höre ich die ganze Zeit eine Melodie? Lie... Lie... Habe ich was an den Ohren, oder... Naja, ich frage mich jetzt gerade, ob ich echt was an den Ohren habe. Oh... Glaubst du, es geht hier gut? Wer? Harley? Ja, ich glaube langsam, wir haben uns der falschen Truppe angeschlossen. Du hast die anderen gehört. Alles Idiot. Stimmt. Oh. man ja klar jetzt durch den scheiß clinch hänge ich hier jetzt fester schubkarre scheiß schubkarre ja na toll folge 55 fängt ja schon mal gut an neustart ja ich liebe es so wenn diese folgen so anfangen schubkarre festgehakt top wenn ich das schubkarre wieder singen muss dann lach ich nein ich hab ihn fertig mal kurz alles absuchen man hier liegt ja sehr viel ab weg weg habe ich das jetzt müsste ich in den letzten folgen macht haben sie wird auch noch was bisschen auf und zukunft denke ich mir mal was rätsel angeht dass sie steckt c nachher dabei auch diese eine rittler trofäe ich hasse zehn habe ich jetzt zerstört sehr schön wenn nur noch fünf ab 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 Wenn Sie mich hier sehen, riskieren Sie nicht, das Tor zu öffnen. So. Okay, mich hat man durchschaut. Wenn du dich traust. Oh, seht mal, wer da ist. Badmans kleiner Helfer. Anscheinend hat er dich allein gelassen. Nee, der dachte, ich packe dich im Alleingang an. Er nimmt dich nicht besonders ernst. Ich auch nicht. Er legt's drauf an. Hältst dich wohl für winzig, hä? Öffnet das Tor. Dieses Mal wirklich. Falls du vorhast, ihn wieder einzusperren, denk lieber nochmal drüber nach. Er hat den Joker in sich. Sie alle. Das heißt, dass sie mir gehören. Ich hole sie mir. Das wäre höchst unverantwortlich, wenn ich das zulassen würde. Batman hat mir schon einmal Mr. J genommen. Oh. Wo bist du, Badfreak? Was ist los? Angst, dich zu stellen? Wie wäre das? Nur ein Zittern am Abzug und... Oh. Okay. Nice gemacht. Und wir hatten eine schöne Aussicht gehabt. Und da war ein schöner Grafik-Clinch. Ich bin beeindruckt. Was soll ich sagen? Ich bin unwiderstehlich. Wir müssen zu den Zellen zurück. Du nimmst Brown. Ich Quinn. Dafür, dass der eine nur für den Umhang zuständig war, war es ein bisschen blöd. Dass er jetzt einfach durch das Gesicht geflogen ist. Oh. Damit kommst du nicht davon. Oh. Armes kleines Duckduck. Wir halten dich auf. Du kannst mir so lange auf den Rücken kloppen, wie du willst. Das ist für mich nur eins. Eine schöne Massage. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Fuck. Ach du Scheiße. Du bist so naiv. So ist immer das Gute in den Menschen. Besonders. Beziehungsweise. Hm? Schatz, ich bin zu Hause. Aktiviere Ausrausprotokrassen. Jetzt dürfte klar sein, wer das Sicherheitssystem manipuliert hat. Nun, wenn du jetzt so freundlich wärst, geh rüber zu deinem Freund. Fahr zur Hölle. Sofort. Guter Zug, ich bin zu Hause. Und du, Bats? Und du, Bats? Die Evolution ist schon komisch. Egal, wie viele Hindernisse sich ihnen in den Weg stellen, die Stärksten überleben immer. Aber, weißt du, was man noch über die Evolution sagt? Sogar Amöbel sind dazu in der Lade. Ruh. Was so war? Ich säubere den Genpool. Selbst ich weiß gerade nicht, für wen ich bin. Den Punkt. Es war aufschlussreich. Hab's mir überlegt. Töte, töte, töte ihn! Das kam. Oh mein Gott. Du wirst einfach spektakulär. Nein, 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 du bist so freundlich. Deiner auch. Du bist der letzte Joker. Oha. Die andere Zelle ist deine. Ich muss Gertrower aufhalten. Danach sperre ich mich selbst ein. Und wenn du scheiterst, dann werde ich dich nicht aufhalten können. Nein, 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 das wirst du nicht tun. Ja, jetzt sind alle... Was heißt alle? Vier von den Inifizierten sind tot. Ja, Robin. Du hast recht. Nein, Robin hat recht. Ich muss in die Zelle. Und jetzt sehen wir mal. Boosweh. Tut mir leid, Bruce. Aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Oh. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Oh, man. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Das stimmt allerdings. So, was mache ich jetzt? Sicherheitsabregelung eingeleitet. Schöner. Hier sieht man die Bette. Schlafmöglichkeiten. Wo ist die Toilette? Ist die Toilette hier? Bestimmt. Ich muss noch auf die Toilette. Lass mich rein. Ich muss dringend. Ich muss dringend. Ach, nein. 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 Meine Fresse. Was soll das? Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich hinzunehmen. Hey, hey. Ich habe die Geschichte von Jason Tottenham nicht zu Ende erzählt, oder? Der letzte Akt. Helm auf. Los geht's. Das Branding. Was ist das große Geheimnis? Oh. Ausgezeichnet. Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Bat? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein, mein, mein. Ich kann alles mit ihm tun. Hey. Ich habe ihn gefragt. Was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name. Sag ihn mir. Natürlich so. Es ist... Oh. Ho 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 ho. Und deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Purah unterversaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja. was passiert wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht. Alter Schwede. Heftig. Das ist, ey, alter. Alter. Ich geh freiwillig in meine Zelle zurück. Lass mich in meine Zelle. Ich will hier raus. Nein. Es ist nicht. Mit Scarecrow werde ich fertig. Das Richtige. Vertrau mir. Hör mir zu. Wir können dir helfen. Du musst das nicht tun. Alfred. Alfred. Du Mistkart. Du hast die Verbindung abgebrochen. Ja, habe ich. Find aus deiner, wegen deiner Sicherheit. Ist alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei Ihnen. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwander ohne in die Stadt beordert, um sie abzuriegen und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Danke, Alfred. Das ist sehr schön. Ich muss dir was sagen. Oh. Was ist geschehen? Nein. Nicht sie. Sag nicht es. Barbara ist. Sie ist tot. Ach du Scheiße. Das tut mir leid. Lass mich raus. Kann ich nicht. Sie haben alle im Visier, die mir nahe stehen. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Bruce, bitte. Ich muss das tun. Nein. Elender Mistkerl! Du wachst nicht! Das entscheidest nicht du! Verschwinde von hier! Geh! Jetzt ist es raus. Ja. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Was? Halt, 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 halt. Was haben wir denn da? Na, endlich! Wir haben es. Und damit können wir jetzt, bevor wir rausgehen, noch einiges machen. Deswegen sage ich jetzt mal, Palom, ich will dieses Scheißding einfrieren, um mir die nächsten Sachen zu holen, bevor wir hier rausgehen. Ah! Aber, was jetzt Batman eben zu Tim Drake gesagt hat, ja, ist schon traurig. Wir sehen uns vorhin. Wir sehen uns vor allem nicht. Wir sehen uns vor allem nicht. Wir sehen uns vor allem nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich bin jetzt bei mir auf sie und dem anderen überlassen. Und wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns vor allem nicht. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich kann keinen Befehl geben, ein Ziel ausgewählt zu haben. Okay. Aha. Ich komme wieder rein. Ah, ich liebe Rittlers Rätsel. Auch Bombe, Detektor. Ach, ich liebe Rittlers Rätsel. Und wir haben die Freeze-Kapseln jetzt. Jetzt können wir ein bisschen mehr machen, ein paar Trophäen mehr einsammeln. Und das finde ich jetzt mal auch ganz gut. Grund ist, so kommen wir mehr an Rittler Trophäen rein. Ich kann mich dann auch dem Luftschiff wieder mal ein bisschen kurzatmig widmen. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar... Dass die nicht an sind. Äh, plumpe zusammen mit Fernsehender. Ist der noch irgendwo hier rumliegen? Würde mich mal interessieren. Ich bin... das ist jetzt mal unlogisch tut mir leid das habt ihr unlogisch gemacht ich werde schon das auch wieder schon das richtige finden ich guck mal was ich wie und wo ich was machen kann ich hoffe ich finde das hier noch aus also es kommt noch einiges auf uns darauf zu besonders beim rittler naja typisch der rittler was mich wie wundert warum kann ich den hier nicht steuern oder sowas es gibt auch keine möglichkeit da reinzukommen ich muss eindeutig dass er gegen system verbessern wenn ich das irgendwie verbessern kann schauen wir uns kurz hier noch mal um stage b und was stört mich hier ich weiß nicht was aber irgendwas stört mich hier so ok ja jetzt sind wir wieder da alle hopp alt auch das ok 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 müssen wir gehen ja so meine lieben leute ich beende hiermit mal die 55 folge ich wünsche euch noch einen schönen tag schönen abend schaltet wieder ein wenn es heißt ich bin batman ciao und und und